Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um alte Bilder, die wir in Photoshop aufmotzen. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier mal ein Foto geöffnet, was eigentlich mal ein Diabild war. Das habe ich dann eingescannt und nach dem Einscannen habe ich festgestellt, das Bild ist ganz schön kaputt. Da sind viele Staubflecken drauf, da sind einige Kratzer drauf. Wenn ich jetzt hier mal näher ran zoome in das Foto, dann siehst du das hier gerade in dem Himmel, wie viel Schmutz da eigentlich drauf ist. Und das ist natürlich uncool und das wollen wir jetzt ein bisschen korrigieren. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich werde jetzt hier einfach mal diese Hintergrund-Ebene duplizieren, damit wir hier auf einer neuen Ebene arbeiten. Man kann die herkömmlichen Werkzeuge in Photoshop nutzen, wie zum Beispiel den Reparaturpinsel oder den Kopierstempel. Und der arbeitet ja so, dass wenn ich die Alt-Taste drücke und ich in einen sauberen Bereich drücke, dann wird das Ganze quasi als Quelle genommen. Und dann kann ich hier über den entsprechenden Fleck rübergehen und das Ganze ist bereinigt. So, das Problem an dieser Geschichte ist jetzt, du siehst ja, wie viel das hier ist. Und gerade wenn man dann mal mehrere Fotos einscannt, weil man irgendwie eine Kiste gefunden hat mit alten Dias, die man alle digitalisieren möchte, dann sitzt man da Ewigkeiten. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt an so einem Foto hier sitze, dann brauche ich gut und gerne 15 bis 20 Minuten für ein Foto. Und jetzt stell dir mal vor, du hast 30 Dias gefunden und willst die alle optimieren. Das wird ein ewig langes Unterfangen. Und dementsprechend ist das für mich eigentlich keine Option. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die Photoshop anbietet, über die Filter, Rauschfilter, Staub und Kratzer. So, das Problem bei diesem Filter ist, der legt zwar einen Filter über das gesamte Foto, aber genau das ist auch das Problem. Denn dieser Filter ist eigentlich ein Weichzeichner und dementsprechend verliert dieses Foto alle Details. Also alle Schärfe, die in diesem Foto drin war, geht verloren, weil das ganze Bild extrem zermatscht wird. Und dementsprechend ist das auch keine Option für mich. Jetzt gibt es aber seit kurzem ein Plugin auf dem Markt, was das Ganze richtig schön vereinfacht. Und das möchte ich dir jetzt mal kurz vorstellen. Da gehe ich auch wieder über Filter und dann Laser Soft Imaging, so heißt die Firma, die das ganze Plugin hergestellt hat, SRDX. Und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und dieses Plugin ist genau dafür gedacht. Jetzt ist das Plugin offen und ich möchte dir das Ganze mal kurz ein bisschen vorstellen. Es gibt drei Ansichten. Zum einen die Originalansicht, also so wie das Foto jetzt auch aktuell in Photoshop dargestellt wurde. Dann gibt es die Ansicht Defekte markieren. Denn hier werden jetzt automatisch von dem Plugin all diese Staub, Flecken und Kratzer erkannt und dann hier auch markiert mit einer roten Farbe. Die kann man hier übrigens auch ändern. Wenn man zum Beispiel ein Bild hat, wo viel Rot drin ist, dann sollte man hier die Farbe natürlich ändern. Und dann gibt es die optimierte Ansicht. Das bedeutet die Ansicht, so wie es dann aussieht, nachdem man das Ganze durch diesen Filter gejagt hat. Gehen wir mal wieder auf die Ansicht Defekte markieren. Denn das ist jetzt hier die spannende Ansicht für uns eigentlich. Wir haben jetzt hier verschiedene Einstellungen, die man vornehmen kann. Man kann zum einen sagen, man möchte dunkle Defekte und helle Defekte erkennen. Man kann es aber auch einzeln machen. Kann man hier jeweils anwählen. Und dann gibt es hier drunter Erkennung und Defektgröße. Das ist jetzt hier so die Standardeinstellung. Und ich finde, dass diese Standardeinstellung schon sehr gut auf dieses Foto hier passt. Und man kann natürlich aber hier auch das Ganze noch ein bisschen verändern. Also Erkennung, wie viel wird erkannt, wie viele Fehler werden an diesem Foto erkannt. Und die Größe kann ich hier dann auch noch einstellen. Also wie groß werden diese einzelnen Punkte hier dann sein. Das Coole an diesem Plugin ist übrigens, dass es mit einer Grafikkartenbeschleunigung arbeitet. Und von daher sehr, sehr schnell ist. Also das ist wirklich ein großer Vorteil und auch eine enorme Zeitersparnis. So, jetzt können wir hier einfach nochmal reingucken. Es wurde ja sehr viel erkannt. Gerade im Himmel finde ich das sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch hier unten in der Stadt sehr viele Dinge, die erkannt wurden. Und ich möchte die Stadt aber so ein bisschen davon ausnehmen. Weil die Stadt sehr viele Details hat. Und da werden diese Flecken gar nicht so zur Geltung kommen. Und dementsprechend möchte ich die rausnehmen, weil wir dann natürlich auch das optimale Ergebnis haben. Und wir überhaupt keinen Schärfeverlust haben. Das Plugin an sich bietet schon eine sehr, sehr gute Grundlage, dass es eigentlich überhaupt keinen Schärfeverlust gibt. Aber trotzdem möchte ich hier die Stadt davon ausnehmen. Und dafür kann man hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten nutzen. Zum einen kann man hier Masken nutzen. Das kennt man so vielleicht aus Photoshop, dass man hier mit dem Werkzeug arbeitet, mit dem Fahrtwerkzeug. Das funktioniert eigentlich ganz genauso. Und dann kann man jetzt hier mit dem Pinsel noch verschiedene Defekte hinzufügen. Oder aber mit dem Radiergummi bestimmte Bereiche des Bildes ausschließen. Ich werde jetzt hier einfach mal mit einem sehr großen Radius mit dem Radiergummi arbeiten. Und hier einfach mal die komplette Stadt von dem Ganzen ausnehmen. Dann gehe ich hier einmal oben an der Skyline entlang. Das ist relativ schnell gemacht hier. Jetzt mache ich das hier innen drin noch einmal aus. Und das Ganze ist in der Stadt davon befreit. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Und jetzt gehe ich noch mal in die 100%-Ansicht rein. Ich kann hier unten den Zoom auch verstellen. Und jetzt gucke ich hier einfach noch mal, ob ich hier noch irgendwo was finde. Gerade in der optimierten Ansicht, da sieht man jetzt schon sehr gut die Vorschau, ob ich jetzt hier noch irgendwo was finde, was mich noch stört. Aber das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Ja, wenn ich damit dann zufrieden bin, dann kann ich auch direkt auf OK klicken. Und Photoshop arbeitet ganz kurz jetzt hier, wendet das Ganze an und wir haben in Nullkommanichts ein optimiertes Foto. Ich kann jetzt hier auch noch mal die Vorher-Nachher-Ansicht machen. Gerade wenn ich noch mal ein bisschen weiter rein zoome, dann sieht man das wesentlich besser. Das ist jetzt die Vorher-Ansicht und das ist die Ansicht nach der Optimierung. Und du siehst, wir haben überhaupt keinen Schärfeverlust, aber dafür sind in Nullkommanichts alle Defekte weg. Also du siehst, es ist ein sehr, sehr cooles Plugin, gerade wenn du, wie gesagt, mit alten Fotos arbeitest und mit mehreren Fotos vor allem arbeitest, dann ist dieses Plugin auf jeden Fall das Ganze wert. Ich habe dir unten in die Videobeschreibung mal den Link dazu gepackt. Dazu gibt es eine Testversion, die kannst du dir downloaden, kannst das Ganze mal ausprobieren kostenlos. Und wenn du dann sagst, das Ganze gefällt dir, dann kannst du das für einen schmalen Taler erwerben und die Vollversion wirklich nutzen. Wie gesagt, es ist eine super Zeitersparnis, wenn man viele Fotos bearbeiten möchte und optimieren will. Also ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen zu dem Plugin hast, einfach unten in die Kommentare posten und ansonsten natürlich auch den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017